hallo liebe zuschauer und zuschauerinnen endlich ist es wieder soweit ich habe mir ein richtig schönes auto gegönnt mein sitan ist vergangenheit seit gestern und ich habe wir den bildern entnehmen könnt ein wunderschönes wie ich finde weißes c300 cabrio das heißt es werden endlich wieder neue videos kommen fahrvideos von dem fahrzeug ich werde ein karporn drehen ich werde das fahrzeug auch zeigen von innen und außen und ich werde jetzt in nächster zeit auch weitere fahrzeuge bekommen unter anderem ein gle 45 1g und so weiter und so fort das heißt der kanal wird von nun an wieder ein bisschen aktiver was einfach daran liegt dass der sitan weg ist ein geiles auto im hof steht und mehrere tausch aktionen anstehen freue mich auf euch ich hoffe ihr freut euch auch auf die videos bis bald und bleibt mir gesund